Ich muss gleich weinen, ich muss gleich weinen, das war nur diese Fähigkeit. Morgen Jungs, neue Version von SCP Containment Breach, Versionsnummer 0.7 und es gibt einige Neuerungen, es soll fünf neue SCPs geben, die Räume sollen sich jetzt logischer aufbauen, logisch. Den Rest können die selber nachlesen. Und wir lassen uns mal überraschen einfach. Downloading in der Beschreibung. Wie immer. Und an der Intro-Sequenz, weil Kleinigkeiten ge-edit worden seien. Ich bin mal gespannt. Pick up the paper. Ja bis jetzt sieht genauso aus wie vorher. Das war keine Kanten-Glättung, oder? Nee, glaub ich nicht. Jess, folge mich. Wir sind verabschiedet, um keine Disobedient-Test-Subjekte zu töten. Also, nicht so etwas dumm. Okay. Das ist es gleich gewesen letztes Mal. Soweit ich mich erinnern kann. Die Texturen sind ein bisschen weißer, kommen wir so vor. Oder allgemein der Kontrast, der ist höher. Aber du hast deinen Monitor umgestellt. Nee, das glaub ich nicht. Sieht alles viel sterile aus. No. Okay, das sieht jetzt ziemlich normal aus. Ja, okay. Und? Also, mir kommt sofort, als ob es weiß weißer ist. Jetzt wieder unser Freund. Ja. Haben die Gesichter von denen sich immer wieder verbessert? Ich schaue immer noch aus, so wie Florian ist. Bleib mal da stehen und guck, das guckst du es dann an. Und ein bisschen reingucken. Ja? Ja. Wenn du... Wenn du rein... Das ist jetzt nicht unangenehm. Sag was, wo kriegst du mich her? Wenn du ein bisschen reinguckst. Ah, nee. Schau. Hast du das gehört? Oh, das ist ja neu. Wow. Cool. Was? Oh, oh, schau! Was war das denn? Das war so ein Bogen. Winsel mal. Dann bin ich tot, Alter. Ja, du blinzest gleich. Du blinzest gleich. Alter. Das ist doch verbuggt, Junge. Das ist backt aus dem Übelstel. Ist er jetzt da? Ja, fuck, Alter. Was ist das denn? Ist das noch Intro-Sequenz? Ich glaube nicht. Wow! Lauf doch weg! Wohin denn? Treppe hoch! Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Nein! Mach da zu, mach da zu, mach da zu! Alter, die Version ist der Hammer. Oh mein Gott. Der kann halt Hüren offen machen, oder? Oh mein Gott. Haben wir hoffentlich nichts liegen gelassen da drin? Wer steht da? Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Oh Mann. Soll ich nochmal runter? Nee, geht lieber weiter, ey. Achtung, wer das hinter dir was ist. Achtung! Oh nein! Was ist das denn? Das ist ja auch neu! Fuck! Bitte lauf jetzt! Wir hören, wie die Tür aufgeht. Inzwischen kann ich ja gar nicht reagieren. Na, was ist da? Kann man nicht rein, oder? Vielleicht kommen wir da von unten. Gehen wir da hinten lang? Gehen wir da lang? Boah ey, ich bin so fertig. Da ist Blut. Vielleicht kommst du da rein. Ich guck erstmal da. Achtung, wie sind die offen, ey. Meine Nerven, ey. Fuck, das ist der Raum, oder? Okay, vergiss es. Ich geh doch lieber durch die Schraube. Achtung, links, schau links. Ja, ich hab doch keine Gasmaske, nix. Und geh lieber... Achso, bei dem anderen war kein Gas, oder? Ich glaub, mach's dir das weg. Pinsel mal. Länger. Ist weg, ne? Oh man. Sag mal, ist das Absicht, dass am Anfang gleich so heftig zur Sache geht? Daaa sind unsere Räume. Oh mein Gott. Ja, das ist gut gemacht, finde ich. Voll schön irgendwie. Voll schön. Batterien. Alter, meine Hände sind jetzt schon kratz nass. Ich geh wieder raus, komm. Ich will gar nicht wissen, was da noch ist. Die Maus hat grad gepackt, Alter. Das war grad so bei... bei Slender. Tür zu. Dass die Maus schon automatisch movt, weißt du? Oh Gott, direkt vor der Kommen. Und der bewegt sich auch gar nicht mehr, oder? Doch, oder? Oh, der ist jetzt gar nicht mehr drin. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Der ist weg. Der ist weg! Der bewegt sich wirklich über die Lüftungsschächte. Oder? Hey, wie soll man das Spiel jetzt noch schaffen? Bei allem von den Nerven. Nicht, dass er jetzt auch noch in den Räumen auftauen kann. Was ist das denn? Ja, vor allem durch den Boden. Ich stell dir mal vor, da steht es. Ne, da waren wir doch. Die Türen sind alle offen. Die Türen sind alle offen. Das ist... Ne. Ne, das kann nicht sein. Ne. Fuck. Da ist er drin. Ja. Mach da lieber zu. Von wo kommst du denn jetzt? Von da. Von da. Mach da auch zu. Ja. Was heißt denn? Eine Brücke. Die haben das ja komplett überarbeitet. Hätte er gleich 1.0 nennen können, ey. Version 1.0. Nein. Fuck. Oh man. Ey, die Map gefällt mir gar nicht. Doch ey, voll die Spannung drin. Voll Spannung drin. Soll ich halt durchgehen? Mal auf genug Blinzel, vielleicht verschwindet er wieder. Hast du es gerade gehört? Ja. Meinst du das weg? Oh. Mach da mal zu. Blinzel noch ein paar Mal. Ey, der ist schon wieder weg. Ich glaub der ist weg. Ja, das ist ein guter Trick. Wow. Der ist weg, ja. Alter. Dann siehst du nicht. Das ist der tote Winkel, ey. Scheiße. Da steht er, ja. Ja. Soll ich es jetzt noch mal probieren? Ey, bring Blinzeln dann noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Soll ich es noch mal probieren? Ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Woaah! Ich spiele einfach weiter. Also da ist schon mal viel Neues, ey. Hätte ich nicht gedacht. Andere Mapsit auf jeden Fall. Deswegen hat es auch so lange gedauert, dass die neue Version rausgekommen ist, oder? Boah ey. Ey. Deswegen hat die neue Version auch so lange gebraucht. Der hat es ja komplett überarbeitet. Ja, allein der Anfang, der hat mich so geschickt. Ich hoffe, das ist nicht jedes Mal so. Ja, das fliege konnte durch den Boden. Hast du die Intro-Sequenz? Ja, ich habe es jetzt weg gemacht. Das war auch glaube ich ein Fehler, dass es im Boden war. Normal sollte es doch da drin sein. Ja, das war ja auch auf diesem Catwood damals bei uns so. Wo das Ding gejumpt ist. Ja. Was wir übrigens gefilmt haben. Ja. Den Link findet ihr rechts am Rand bestimmt irgendwo. Ja. Ich denke, der kurste Weg ist durch den Süd-Eastweg. Seid mich. Hä? Wer hat er gerade so gesehen? Ach, der Kiel da drin alles hat, geht jetzt dichter aus. Ich laufe mal hin, komm. Nein! Der Tötet Milch hat uns auch durch den Laufstück getötet. Erinnerst du dich nicht? Ja. Das ist wie bei Stand Up The Arrival, wo dieser Chaser vertikal angreifen kann. Machen wir jetzt wie vorhin. Ja. Ja. Probier uns erstmal ohne Gasmasken und dann... Ist am langsamen. Schwarze Fleck, schwarze Fleck. Wow. Die Maus, die packt ein bisschen. Bewegt sich manchmal so ein Stück von allein, das. Fällt mir auch gar nicht. Ah, der bringt uns ja jetzt gar nichts. Ui. Ist das Klo? Das sieht mir an einer Fahrstelle aus. Hm. Ne. Eine Fahrstelle ist nicht wirklich schön. Irgendwie da. 012. Ich bin mal gespannt, was dieser Notenzettel uns offenbart. Okay. Da kommen wir nicht rein. Also wir sind jetzt scheinbar mit diesem Office-Trakt. Nein. Das ist... Da drinnen. Ja, soll ich mal langsam zurückgehen und die Gasmaske holen? Vielleicht? Meinst du, der ist jetzt weg? Könnte sein. Dann macht er alles zu. Richtigstes Update auf jeden Fall schlimmer geworden. Boah, ne. Ich spiel nicht mehr. Dann noch nicht. Dann noch nicht mehr. Dann timefeier es jetzt weg. Dann gotten completely zu ihm vor.